Medizinstudium in Bratislava. In Bratislava kannst du für 4.500 Euro im Semester Medizin studieren und dein Abischnitt spielt hier gar keine Rolle. Es gibt nur einen Aufnahmetest, den du schreiben musst. Besonderlich schwer ist der aber nicht. Gelernt wird dort komplett in Englisch und der große Vorteil von Bratislava ist eben, dass es so nah an Deutschland liegt.